So Mal ganz kurz gucken hier Ne, sieht alles Sieht alles gut aus Der Creeper dringt da unten immer noch rum, ne? Der kommt da auch glaube ich nicht raus Weil der nicht springen kann so hoch So, hier haben wir ein bisschen Eisen und ein bisschen Kupfer Das nehmen wir natürlich mit So Da oben ist aber auch noch ein bisschen Aber da komme ich nicht ran, ne? Ne Aber Wir können uns ja eben einmal ganz kurz hier ein bisschen hoch bauen So, zack Nehmen wir das Hä? Okay Nehmen wir das hier auch noch schnell mit Zack Zack So Oh, da unten geht die Post ab Alles klaro So So, dann wollen wir doch mal gucken Wie wir da jetzt am geschicktesten runter kommen Ohne zu sterben Ähm Ich würde sagen So Und dann markieren wir erstmal, dass es hier wieder hoch geht Zack So Dann machen wir hier noch einen Block hin Na SpyD? Na Creepy? Kommst du nicht hoch, wa? Hm Ciao Wo ist der Creeper jetzt? Dahin ist noch einer Ich seh dich Ich seh dich Kukili Kuk Ich seh dich Bumm Wow Gut freigeschaltet Die Bane Mask Sehr geil So Jetzt hat er hier gedroppt Spinnenauge Schwarzpulver Ah, alles klar Jut So, jetzt müssen wir uns wieder entscheiden Wo gehen wir lang Ich würde sagen, wir machen erstmal nochmal hier eine Markierung hin Zack, zack, zack Hier geht's hoch Und Machen wir mal einmal ganz kurz hier Schnell ein paar Fackeln ran Zack Und da hin Dann gehen wir zuerst hier lang, würde ich sagen Uh, zertes Quarz Sehr schön Aber erstmal gibt's hier noch ein bisschen was zum abbauen So Fischke Kohle Zack, zack Kohle müssen wir jetzt aber auch langsam schon Eine ganze Menge wieder angesammelt haben, ne? Jelorit Geil Noch mehr Jelorit Noch mehr Kohle So Ich will immer die Leertaste noch drücken Aber ich brauch das ja gar nicht mehr Weil ich ja jetzt diese coolen Schuhe habe So, das nehmen wir noch ganz schnell mit hier Zack Zack Da ist noch Eisenerz Kohle lasse ich jetzt gerade mal eben So Das nehmen wir noch mit hier Krupfererz Zack Zinnerz Zinnerz Nehmen wir auch mit So Okidoki Zertus Quarz Zertus Quarz Nehmen wir alles mit So Chaos 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 Stein zak zack 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 ko investigative Kupfer Irgendwie, immer wenn man einen Block hier abmacht kommt da drunter ein neuer cooler Block Oh, ich höre Zombies Aber wo? Hä? Ist doch nichts mehr Okay, ich kann schon nichts mehr aufnehmen Schmeißen wir mal alles hier in den Rucksack rein Zack, zack, zack Ja, das kommt alles da rein Zack, zack Okidoki Was haben wir hier noch? Eisenerz Das nehmen wir mit Rosengranit Hier geht es aber bestimmt gleich in die nächste Höhle rein, oder? Oder auch nicht Nee Nee Aber wo macht denn der Zombie jetzt hier so ein Theater? Ich weiß es nicht Komm da dran So ohne weiteres Nein So Das nehmen wir noch schnell mit hier Zack 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 So Wieder aufgepasst hier Oh, hier geht es auch noch runter Okay Aber hier ist er auch nicht Guten Guten Kupferbeeren Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Viecher Aber Aber Au So So Die Büsche nehmen wir auch mit Schon mal in den Rucksack reinschmeißen hier alles Zack, zack, zack Geht alles weg hier So Ach da Ja, hallo Okay So Na komm Uiuiui So Mal gucken, wie weit es hier rein geht Auch nicht so weit, ne Also die Höhle war jetzt noch nicht so der Hit Ich meine, ein paar Sachen haben wir hier gefunden Aber Noch nicht so viel, ne So Mal hier rein Zack Das nehmen wir noch mit Das nehmen wir nicht mit Das Kohle lassen wir jetzt auch mal da Mal hier nochmal ganz schnell Das nehmen wir noch mit Das Zinnerz Nehmen wir auch noch mit Ja Ja, dann war es das eigentlich auch schon, ne Relativ überschaubar, diese Höhle Jut Hm Ne Ich höre doch wieder Viecher hier So Müssen wir jetzt wieder da hoch Zack, zack Zack So Hier haben wir auch schon alles erforscht, ne Ja Das ist wieder Nacht Könnte ich mal eben einmal ganz kurz pennen gehen Hier war auch nichts mehr, ne Hier haben wir auch schon überall Ja Okay Okay, dann ist die ja nicht so spektakulär, die Höhle Dann gehe ich jetzt mal einmal hier ganz schnell Zack Ähm Schlafen Okay Alles ist safe Hoffe ich Oh 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 Das ist ein Enderman Will ich mich mit dem Anlegen Ich glaube nicht Das ist ein Wehrwolf Lass mich in Ruhe Da ist er Ach jetzt geht der mir die ganze Zeit auf den Keks hier Was soll das Ist er weg? Ich glaube ja, ne Das war ein Werwolf. Den musste ich jetzt leider töten, weil wenn der sich verwandelt, ist das nicht ganz so lustig. So, was ist das hier? Blauschiefer Aluminiumerz. Wenn der sich verwandelt, kann man den nämlich nur mit einem Goldschwert töten. Und leider habe ich noch kein Goldschwert. Deswegen wäre das relativ uncool, wenn er sich verwandeln sollte. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Atlas. So, Atlas. Da sind wir. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen außen hier rum. Au! So, das hier wird wahrscheinlich wieder nichts sein. Aber da sehe ich ein bisschen Eisen. Zack. Das nehmen wir natürlich noch schnell mit. Ein bisschen Holz könnte ich mir auch mitnehmen, weil ich gar keine Sticks mit habe. Das heißt, wenn wir irgendwann mal die Fackeln ausgehen sollten, habe ich ein riesen Problem. So. Dann. Ja, ob ich hier eine Höhle finde an dem Berg. Oder oben ist eine. Da ist eine. Aber auch nur eine sehr kleine Höhle. Quasi so ein kleiner Durchgang. Durch den Berg. Aber eigentlich will ich eine Höhle finden, wo es ein bisschen weiter nach unten geht. Was ist denn mit der da? Komme ich hier lebend runter? Au! Da geht es aber bestimmt auch... Da geht es auch nur... Wahrscheinlich wieder ein bisschen in den Berg rein und dann war es das. So. Hau ab! Hau ab! Mistvieh! So... Jutie. Also ich würde sagen, da in den Bergen... Aua, nimm doch das Schwert. Mann. Boah, ey. Was ist mit dir los? Das war jetzt die Strafe dafür, dass du den Zombie mit dir rumschleppst. So. Ich glaube, ich bin hier gerade so ein bisschen verwirrt. Was war denn jetzt hier unten drin? Gar nichts. Okay. Dann gehen wir mal weiter. In diese Richtung. Wo bin ich denn überhaupt jetzt hier? Ich bin jetzt da. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Wüste. Vielleicht gehen wir einfach mal in die Richtung. Ist mit Sicherheit auch nicht so verkehrt. So, warte mal. Das können wir erstmal alles hier wieder reinschmeißen. Zack, 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 zack. Kommt erstmal alles in den Rucksack rein. So. Hier ist noch Aluminium-Kies. Zack. Das nehmen wir auch alles mit. Und dann schauen wir mal. Oh, Eisen-Kies. Also festgestellt, Eisen wird hier sehr viel benötigt in diesem Spiel. Das heißt, was wir am meisten eigentlich brauchen, ist Eisen. Und ich hoffe, dass ich mal auf dieser Tour hier... So, warte mal. Den haben wir ganz gut drücken. Okay. Ich gehe da mal rechts an diesem... Au. Oh, das sieht aber auch schön aus, ne? Das sieht alles so schön aus. So, hier. Dass wir hier eine Menge Eisen finden. Ohne Eisen ist nichts los. Hier können wir jetzt nur schwimmen. Ich glaube, ich werde mir gleich mal ein Boot bauen, oder? Ich weiß es nicht. So. Ich könnte mal aber eben ganz kurz was fratzen. Was hältst du denn davon? So ein leckerer Cheesy? So. Mal ganz kurz gucken hier auf die Karte. Wenn wir jetzt hier so durchgehen. Zack. Und dann kommen wir hier oben am Wüstenbiom wieder raus. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Früher oder später. So. Ich gehe da hinten lang. Zack. So. Ich brauche nicht mehr springen. Ich brauche nicht mehr springen. Merkst du doch, Marker? Mein Gott, bist du bescheuert, ey. Nö. Hier gibt es auch nichts. Hallo, Frau Kuh. So. Und da hinten. Sollte theoretisch... Rein theoretisch... Rein theoretisch das Wüstenbiom sein. Hm. Da müssen wir jetzt irgendwie rüberkommen. Und da hinten. So. 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 Vielen Dank.